Moin Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play zu Grand Theft Auto Die Ballade of Gay Tony. Es ist mal wieder Zeit. In verbesserter Videoqualität meldet sich YouTube Gamescom zurück. So, legen wir los Leute, wir werden mal viel Spaß haben. Boah, jetzt bin ich hier irgendwo in der Stadt und ich suche hier irgendwo einen Weg und da vorne ist doch irgendwas. Ah, das sieht aus wie so ein SWAT-Fahrzeug, aber das kann ich noch nicht genau erkennen, vielleicht seht ihr es schon. Äh, das ist, glaube ich, das ist doch ein SWAT-Fahrzeug da vorne. Och Mann, der ist ja richtig schnell. Ach, Menno. Nicht mal das. Ein ganz normaler Polizeiwagen ist da vorne mir. Kann man ja auch abknallen. Oh. Stopp, all CDP-Police. Wir wollen dich tot. Wir wollen dich tot. So, jetzt schaue ich aus. Jetzt müssen wir angreifen. Stopp, 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 stopp. Goodbye. Okay. Was ist das? Elvis Presley. In seinen besten Jahren. 100 Kilo abgenommen. Da. Da. Böhm. Wow. Jetzt werden wir mal hier was Cooles machen. Wir werden uns jetzt mal diesen Truck hier schnappen und einfach mal ein paar Leute überfahren, die uns hier so einfach auf den Weg kommen. So. La 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 la. Der Phantom. Cool, noch mehr Leute. Am besten machen wir hier mal Ego Perspektive rein. Und dann überfahren wir die Leute einfach mal. Achtung. Ich komme. Wir können auch mal hier mal Autos rammen, Leute. Massencrash ist vorbekommen. Ich freue mich schon richtig auf Grand Theft Auto V. Das wird ein bestimmtes sehr gutes Spiel werden. Und das wird natürlich dann auch schön angezockt. Weil wir wollen heute noch einen kleinen Base Jump machen. Das werden wir jetzt auch tun. Das sind wir jetzt zu diesem komischen Turm jetzt hier. Und diesen komischen Turm. Und nur werden wir jetzt einen Base Jump machen. Und ich werde versuchen, so lange in der Luft zu bleiben, wie nur möglich. Oh, die Polizei kommt schon, Leute. So, Escobar ausschalten. So, dann kann ich für die Drogen schon einmal wiesen hier. Die Stadt ein bisschen sicher geworden. Jetzt bin ich ein bisschen vom Aufnahmegerät weg. Und jetzt bin ich ein bisschen am Aufnahmegerät wieder dran. Und los geht's. Wir machen einen Base Jump und landen mal auf der Kuppel. Auf dieser Weltkuppel. Da wollen die schon immer mal landen. Ehrlich. So. Wunderbar. Da bin ich auf der Erde. Auf der Worldkugel. Und da kann man doch bestimmt auch nochmal runterspringen. Wow. Ja, Leute. Das war's. Das war das kleine Let's Play. Das Gameplay von Grand Theft Auto. Die Ballade auf Kettoni von eurem Video-Games.com. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gator. Ciao. Ciao.